Uran ist ein Metall. In der Natur besteht es aus zwei Typen, Isotope genannt. Zu 99,3% aus Uran-238 und zu 0,7% aus Uran-235. Nur Uran-235 kann zur Erzeugung von Atomenergie genutzt werden oder für Atomwaffen. Dafür muss Uran angereichert werden, sprich der Anteil von Uran-235 wird erhöht. Bei sogenanntem schwach angereicherten Uran liegt er bei 3 bis 5%. Dieses Uran wird für Kernkraftwerke genutzt. Der Iran darf maximal auf 3,67% anreichern, so steht es im internationalen Atomabkommen. Höchstens 300 Kilogramm darf das Land besitzen. Für den Bau von Atomwaffen muss der Anteil von Uran-235 auf 90% gesteigert werden. Technisch sind dazu momentan nur wenige Länder in der Lage.